moin moin freunde schlechten geschmacks da sind wir wieder los geht's die heißt auch jedes mal gleich dann bleibt emily diesmal auch dazu df da jetzt immer dasserm., nicht so weit nicht zu wenig okay wenn es tf Dudeplan proje pret surprise you hand over one of your crew members and rest of you can go free and harm Was, wir sollen denn ausliefern? Draw stress and send a crew member over to the slavers. Alter, die wollen uns einfach uns als Sklaven nehmen. We never surrender one of our crews. Ja, ist echt so. Ich geb doch keinen Sklaven ab, ey. Aber ich bin jetzt mal ein Sklave und rutsche zum Fenster und mach mir die Ronos runter. Mittlerweile bin ich hier schon seit Stunden dran. Und es ist einfach hammer dunkel. Sorry, wir hatten das jetzt gerade Sticken, Leute. Okay, aber ne, wir machen die fertig. Alter, nicht ne Drohne. Ist das hier aber scheißernst? Drohensystem. Was war nochmal das Drohensystem? Drohne, Drohne, Drohne. Das war das Drohensystem. Die Drohne fertig machen. Und ihr geht auf das Waffensystem. So, go, go. Ja, schieß mal bitte. Nein, nicht ihr. Utsch. Okay, die Drift wird das um den Stücken ab. Okay, nice. Die Raketen sparen wir uns jetzt. Komm, mach hin. Autofeuer hab ich vergessen, ne? Genau. Bautz. Okay, es versucht zu entkommen. Jetzt wieder erstmal die Drohne platt machen. Okay, jetzt haben wir noch einen Crewmember. Varnas. Kann ich immer noch angreifen? Ne, schade. Egal, was hat Varnas so drauf? Nichts. Lol. Lol. Ne, ist ja viel langsamer als die anderen. Er kann ja gar nichts. Helf 150. Okay, der hat aber mehr Gesundheit. Das ist schon natürlich. Ah, dann kann er auch mit dem Computer umgehen. Ne, sieht zwar strohloof aus, aber naja. Was will man machen, ne? Dann hätten wir denn soweit alles, oder? Jump, jump. Berlin, Berlin. Okay, wen haben wir hier? Gegen einen Fuck-Gegner? Puh, ist okay. Upon completing your jam, you receive a message from a nearby ship. Greetings and welcome to our beacon for a small fee. We'll let you continue. Okay, die wollen von uns ein bisschen Zoll sozusagen haben, die Scheißpiraten. Aber wir haben doch nicht mal genug Zoll, um das zu bezahlen. Deswegen müssen wir irgendwo leider zu zurückweisen. Too bad, you will regret your decision. Ah. Das ist schlecht. Du bist deine Entscheidungerei. Warten, machen wir jetzt Sch-Scha-Scha-Scha-Scha-Rings. Okay, damit gehen wir auf deren... Ich will mal eine andere Taktik. Damit gehen wir auf deren Ding. Und damit gehen wir dann auf deren Waffensystem. Und schildern auch noch. Ah, ja. Okay, was heißt eine andere Taktik, aber es ist immer Split Push sozusagen. Split Push, Split Push. Ouch. Please don't kill us, we'll give you everything we have. Firmier. Ah, das ist nett. Passt. Na, jetzt auch schnell das. Weil der Innenbereich fängt sich schon langsam an, rosa zu färben. Was nicht unbedingt gut ist. Deswegen habe ich den Typen jetzt hier hinten bursiert. Voll gut, aber das ganze Schiff sind welche verteilt. I like, I like. Shit, ja, mit 17 kann ich noch nicht so viel anfangen, ne? Okay. Auto-infiddle invasion. Allows the ship to make possible landjumps and dodge when piloted. Operating as autopilot, thus allows some invasion even with autopilot. Okay. Pa-pa-pa-pa-pa-ra-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Was haben wir hier für... Nee, nichts, was wir brauchen im Moment. Shit, wäre halt wieder geil, ne? Aber na ja. Was sollt ihr jetzt noch machen? Jump, jump. Store? Oh, ne, da zahlen wir nicht genug Geld. Sieh, an Advanced Rebel Automated Ship Remains Stationed Near Small Rebel Space Station. Zinses Indicat Vs. Storch Vs. Vormilitary Goats. Okay, ein automatisches Rebellenschiff hat, ähm, militärische Güter gelagert. Ist in der Nähe von einer, ähm, Rebellen Space Station. Ja, und jetzt können wir uns anscheinend, das anzugreifen oder nicht. Ah, wir greifen uns natürlich an. Laser, laser. Schöne ist, es hat gar kein Schild. Da können wir einfach mal draufballern. Easy peasy. Autsch, 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 Autsch. Ja, immerhin kein Feuer. Jumpen müssen wir jetzt gerade sowieso nicht. Ich kann das schon mal ganz machen. Batz, batz, batz. So, ist wieder ganz easy peasy. Hat niemand gesehen. Emily kann sich schon mal heilen gehen. Ja, das war ja uns geschenkt. Für 16 Scrap. 7, Whisky Station. Das deutsche Zeitraum. Alter, wir haben 3 Fuel, 4 Missiles, 4 zum Scrap. Und ein Repair-Arm bekommen. Geil. Alter, das hat sich gelohnt. Okay, Repairs your hull every time you collect Scrap, but reduce Scrap collect by 15%. Ja, das repariert meine Hülle. Hallo? Das ist voll geil. Wie Powerbar ist. Ja, ich möchte jetzt eigentlich den Schild ein bisschen hoch machen, ohne Spaß. Aber, naja. Emily, tu deine Pflicht. Geh da hin, jetzt können wir jumpen, ne? Ja. Sind alle schön froh? Ja, alle sind schön froh. Was ist das? Someone might need help. Okay, gehen wir da hin. Locate the source of distress call near a human-minded colony has no diseases. Nein, 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 nein. Rockcrew, send your Rockcrew-Member to prevent a riot. Was ist eine Rockcrew? Also jetzt ist wieder was mit der Krankheit. Ich weiß nicht, ob ihr das von der letzten Folge gesehen habt. Aber das ist halt eine Krankheit und sonst was. Da unten. Und wir sollen jetzt mal ein bisschen über Kontrolle bringen. Aber das mit der... Also wir können jetzt entweder unsere Kontrolle bringen, das... Ignorieren oder eine Rockcrew runterschicken. Oh, geil. Weil wir diesen Alien hatten, konnten wir den runterschicken. Das ist voll kompliziert. Also wir haben voll Glück, dass wir den gehabt haben. Stell dir mal vor, wir wären an den Weg gegangen. Jetzt haben wir vier Sprit bekommen, einen Drohnen-Part und sieben Scrap. Davon natürlich schon die 17% abgezogen. Aber wir haben ein bisschen Heilung bekommen. Voll geil. Das ist gut, warte. Jetzt haben wir 20 und 30. Jetzt müssen dann sogar zwei Shieldbars werden. Wenn man das da noch wegtun, das da noch, kann ich das sogar bepowern. Entschuldig. Jetzt brauche ich aber mal eins kurz noch. Okay, war uns das noch in Ordnung. Da oben ist das Exit Ding. Okay, jetzt gehen wir da da. Asami, hier. As soon as you arrive, a small Mantis ship detaches from a wreck and jumps away. You must have interrupted their salvage operation because you find a weapon ready to be installed. Breach Bomb Mark 2, geil. What is this? Requires Power on Charge Time. Requires Missile. Damage per Schatten null. Breach Chance. Hoch. Passant Damage drei. System Damage drei. As long as we mark on board breaches and does more damage to the system, you can target your own ship. Can target your own ship. Was? Okay. Okay, okay. Zwei Powerborders. Interessant, interessant. Na, jump. Ich meine, gibt ja nichts zu tun. Die werden wir da hin. Hier ist ein Motherfucker, oder? Ach, von der kommen wir. Fuck. Egal, ich hatte ja genug. Sprit. Das Spawnbrocker ist set up. Is shuttered with a secure beacon. He might be offered something for a broken at trade. Minus beam. Minus beam. Pfff. Ignore, alter. Meine Missile sind mir heilig, ey. Genau wie mein Urlaub. So, geh mal ans äußere Randsystem. Post, alter. As you jump into the system, the pirate rewards on your positions. In your position. We are refusing all hails. Prepare for a fight. Okay. Die wollen mit uns battlen. Die haben... Eine Waffe, soweit ich das sehen kann. Kriegen wir hin. Ach, und ne fucking Drohne, ey. Burst-Laser, jetzt machen wir mal ein Dart 2. Artemis geht jetzt erstmal auf den Scheiß. Breach geht jetzt auf. Shit. Ich will jetzt mal sehen, was Breach macht. Breach braucht 17 Sekunden, um zu chargen. Fuck. Okay, die wollen fliehen. Warte, was will Breach mir jetzt sagen? Fick dein Waffensystem, ey. Not enough power. Am Arsch, not enough power. Alter, was war das für ein abgefuckter Feil? Ich war immer vollkommen überfordert. Ich hätte mehr Pause drücken sollen. Nein, du bleibst da und du gehst da hin. Ja, mach das mal ganz, ey. Ist ja unglaublich. Schneller, 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 schneller. Ja, beeil dich mal, du fucker, ey. Kannst du dich mal am Arsch. Kannst du dich anders mal heilen gehen? Ja, keine Sorge, nein. Wir sind nicht im Weltraum und haben ein bisschen Zeit drücken. Sie sind ja die Rebellen an uns, ja. Ach, der kann auch nicht geheilt werden, oder was? Hat der nicht 100? Okay, der hatte doch 150, soweit ich weiß. Was, nur 120? Also ich meine, das war 150 gewesen, aber naja, das weiß ich schon. Oh, eventuell ist die Station aber gar nicht bepowert. Ist ja bitter. Ist ja bitter. Ist ja bitter. Ist, jetzt. War da 50, ja, das war natürlich jetzt nur weg. Das muss natürlich zugeben. Fuck. Warum habe ich eigentlich nicht zwei von den Dingern genommen? Ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht. So, jump, jump, bly bly, jump jump, die neue Deutsche Welle. Jumpen wir dahin. Okay, was ist hier? Ach. Okay, die wollen wieder das bisschen bezahlen, aber können wir gar nicht. So, ja, jetzt werden wir es bereuen und so. Ja, jetzt erstmal Pause. Jetzt darf ich das weg. Nein, das auch nicht. Ich gebe zwei Bursleaser Breach. Ohne Spaß, ich will mal wissen, was Breach ist. Artemis geht auf deren Waffensystem und Breach geht auf deren Schild. Habe ich jetzt nur noch was? Ne. Okay. Go, go. Ich habe zwei Schildpunkte. Schaffst du nie. Okay, du hast drei Waffen. Darauf geschissen. Au. Au, au, au. Gib die cheese. Gib die cheese. Au. Mm.